Was geht ab, Freunde? Heute geht es mit einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Endlich geht es los, Freunde. Endlich fliegen wir los. Und zwar nach Jedha. Jetzt sehen wir auf zum ersten Mal hier die Sternenkarte. Da wollen wir hin. Und dann gehen wir auch hin. Ja, weiß ich. Fliegen wir zur Stadt? Nein, ich habe gehört, Sia ist in der Wüste mit einigen komischen Eremiten untergetaucht, den Anachoriten. Ich wünschte, sie hätte sich einen lebhafteren Kult ausgesucht. Wir empfangen ein Signal von Jedha. Das ist Sia. Ich habe unseren Besuch angemeldet. Ich lege sie auf den Holoprojektor. Alles klar. Den hier? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, Freunde, auf jeden Fall cool, dass ihr wieder dabei seid. Wenn es euch gefällt, gerne eine neue Werbung da lassen. Ihr wisst Bescheid. Danke dafür. Ich sende die Koordinaten des Treffpunkts an euren Piloten. Okay, hab sie. Gebt Acht, wenn ihr das Schiff verlasst. In der Wüste wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Danke für die Warnung. Die sind mir echt unheimlich. Ich bin schon sehr gespannt, was für einen Irren sie dir schickt. Und das Imperium ist auch da. Ich hatte auf einen schöneren Empfang gehofft. Ich bin schon sehr gespannt, was ich hier schickt. So, okay. Schauen wir doch mal. Sollen wir es nochmal umziehen? Nee, passt noch, oder? Landeplatz in den Ruinen, Jada. Ach ja, ey, wie gesagt, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich will dem gerne trauen, aber irgendwie, ich traue ihn nicht. Ich traue dem Bode nicht. So. Hey, seid ihr euch sicher, dass wir jetzt hier gerade auf Jada sind, oder sind wir jetzt hier in Shockland in Uncharted 4? Was ist hier los? An oben? Was sind das für Käfer da drüben? Haben wir die schon mal als Gegner? Wenn nicht, muss ich die doch scannen. Okay, so, jetzt endlich mal hier auf einem neuen Planeten, oder? Das ist doch cool. Ähnlich, endlich, endlich, endlich. Ich meine, ich muss sagen, ich genieße es auch, mit den Leuten zu reden, ja? Ich finde es, wie gesagt, ich finde es interessant. Mir macht es Spaß, auch das Ganze zu erkunden. Wie gesagt, abseits von den technischen Problemen. Wie sieht sich da mega cool aus die Krabbe, aber, ja, trotzdem, seitdem wir hier den Kollegen gefunden haben, ja, wer heißt er nochmal? Daran ist es schon, äh, storymäßig sehr interessant geworden, sehr, sehr interessant. So. Zeit für eine Kletterpartie. Festhalten, BD. Festhalten, BD. 1. Was vorsichtig sein. Okay. Oh. Oh. Jedha, wenn ich du will. Absolut nicht. Komm, wir sehen uns das mal genauer an. Sehr cool, man. Komm schon, Kumpel. Lieber nicht auf den Sand gehen, okay, Kumpel? Ich will nicht als Snack enden. Ich auch nicht. Ich will auch nicht als Snack enden. Hm. Äh, das heißt, wir müssen schnell laufen, oder ist das hier, gilt das als Lichtsand? Nee, das ist Sand. Okay, gut zu wissen. Ich dachte, das wäre so eine Steinplattform, die uns schützen würde. Wahrscheinlich einfach nur schnell rennen, ne? Ja, okay, gut. Er ist erledigt. Er ist erledigt. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viele Erfahrungspunkte wir bekommen. Hat man es gesehen, dass es deutlich mehr ist, oder spürbar mehr ist, besser gesagt, wenigstens? Ist halt die Frage, was heißt es? 5% mehr, 10%? Audio-Sensoren, Fernglas. Hm, nö. Okay. Hilfe! Scheiße, ey. Hm. Hm. Hä? Ich will da zu den Säulen. Gar keine Chance, da vorne, hm? Zu den Säulen? Hm. Nee, 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 lass das mal rein. Hm. Mann, hier drohe ich mich. Ich muss doch da lang, oder? Warte mal. Ich muss doch hier durch das grüne Tor, oder muss ich einmal hier rum? Aktuelle Position. Navigationshilfe. Mensch, lass mich in Ruhe Hä, bin ich hier Hm Ja, tut mir doch weh, immer wieder Okay Aber was hat das jetzt gemacht? Hat das überhaupt was gebracht? Ja, okay Ja, okay Ja, direkt wieder auf mich geht, oder was? Ja 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 Stimmt man sieht ja gar nicht mehr so richtig wieviel Ich glaube das hat sich gar nicht gelohnt oder? Guck mal rechts oben jetzt sehen wir nämlich Erfahrungsmunkte Also die Trubler seit dem Level ab und das Monster haben nur so wenig gebracht Ich glaube das hat sich gar nicht gelohnt oder? Ja Wahrscheinlich sind es so 2% mehr Erfahrungsmunkte oder sowas wenn überhaupt Ach Ne Egal Wahrscheinlich wäre es wirklich schlauer gewesen Sich einmal den Zusatz Zusatzspot zu kaufen Damit du mehr Sachen gleichzeitig haben kannst aber egal Ja Hat dieser Nautolana ein Lichtschwert? Erinnert mich an Meister Festo Ach wie geil ist das denn Wie geil ist das denn dass er den kannte? Hey cool ja Ja ich meine das war ja seine Zeit aber heißt ja nicht automatisch dass er den kannte Ja ist das ja cool Aber so einen Dingsbums Ich kann mir die Rasse nicht mehr an Hat er ja gerade gesagt das ist ja auch diese In der In der Cantina die so auch cool tut Das haben wir auch schon gesehen unter dem Unter dem Hut Dieses Kanonenboot fliegt zu dem Treffpunkt Sie werden vor uns bei Fierce Eskorte sein Ja ist ja nicht so als wenn die sich nicht verteidigen könnte Es sei denn die ist jetzt irgend so in so einer Truppe die komplett gegen Gewalt ist Das kann natürlich auch sein Oh shit man Hör doch auf ey Geh weg Ach wir stehen in der Hand Hm Wir stehen Wir stehen Hm Da oben ist so eine Stange Ist schwer zu sagen gerade wo ich lang muss Boah Hier ist Ende Hä warum war denn das so rutschig rum Ah Juhu Sau du ey Der gibt einfach nicht auf Das verlangt Respekt Warum Hör doch auf Entschel Dorn Sind Du Ratsch Dorn 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 Ja, keine Ahnung. Freunde, was meint ihr? Meint ihr, das hat sich gelohnt? Meint ihr, das hat sich gelohnt, das Abwehr zu holen? Für mehr Empfangsmutter? Das sah jetzt nicht so schlecht aus, jetzt oben am Balken. Für die paar Käfer-Dinger, oder? Schwer zu sein. Schwer zu sein, ob es das gelohnt hat. Ich bin etwas in Sorge, was meine Chancen gegen einen Tee-Di-Angeht. Aber nur etwas. Nur etwas in Sorge. Ansonsten würde er uns natürlich platt machen. Ansonsten würde er uns ja sicherlich platt machen. Obwohl, grün haben wir ja erst drauf gezogen. Chancen standen wohl nicht so hoch. Keine Spur vom Piloten. Sollen wir das melden? Als die Augen offen. Früh oder später wird jemand kommen, um diesen Tee-Di-Di-Di-Zu holen. Wir müssen die Eskorte vor dem Imperium finden. Verstanden. Und weiter. Los. Hey, ein Eindringling. Kommt schon. Loser-Bande. Komm her jetzt hier. Okay. Okay. Direktor Trepper. Das war's. Das war's. Was wir uns zuletzt sahen, hat sich viel verändert. Ich seh's dir an. Komm, mein Speeder steht da vorn. Dein Landspeeder? Die Sturmtruppen haben ihn. Mit denen werden wir schon fertig. Und uns haben sie jetzt vor. Schreib. Versuch Schritt zu halten, Jedi. Überlebende, wir passen uns an. Reise zusammen mit einer Schwester der Nacht. Du wirst dich ergeben. Zeigt eure Überlegung ein. Gefährdet Schild, Junge. Wo stehst du? Erleicht ihn. Ey, coolen Stab hat die da aber, oder? Geile Waffe. Nicht schlecht. Ja, ich seh's schon. Ich bin bei dir, Jedi. Noch nicht. Geil, ey. Gute Fähigkeit. Gute Fähigkeit. Du hast neue Tricks gelernt. Du anscheinend auch. Jetzt würde ich schon sagen, dass es gut, Anfangsbote gegeben wird. Ich hoffe mal, ehrlich gesagt, dass das noch irgendwie erklärt, warum haben die sich eigentlich alle getrennt? Also selbst sie von ihm. Es hat sich doch schon so ein bisschen angewandelt, so mäßig. So schnicki, schnicki. Bei denen zwischen, also zwischen den beiden, oder? Also das kam ja auch relativ plötzlich so, ja, irgendwie finde ich nicht voll heiß. Also, ich dich auch, okay. Ich dachte, du reist durch die Galaxies. Was machst du auf Jedha? Jedha ist ein Teil der Galaxies-Kerlen. Oh mein Gott, Alter. Solche Leute. Als ich hörte, dass die Mantis kommt, habe ich angeboten, dich zu führen. Vielleicht kann jemand in Seas Basis was damit anfangen. Jedha, Schriftrollen. 50 Stück. Sag mal, wie viele, wie viele Dinge gibt es eigentlich, ja? Ach, guck mal. Ach, guck mal. 29 von 37 Scans haben wir schon. Das heißt, noch 8 unbekannte Gegnertypen haben wir vor uns. Nur noch 8? Okay. Das ist so ein bisschen wenig, oder? Wir müssen auf die andere Seite. Ja, das könnte klappen. Ach, sag bloß. Danke. Gut. Wir sollten uns beeilen, Kerl. Ein Sturm zieht auf. Na ja, immer diese Stürme. Ich dachte, du wolltest die Galaxis erkunden. Ja, da ist ein Teil der Galaxis. Ach, seid ihr Kugscheißer, oder? Ganz ernsthaft. Okay. Okay, willst du einfach mal normal springen jetzt? Aha, guck mal. Okay, du bist cool. Du kannst dich teleportieren. Wie kann das eigentlich sein? Wie kann das eigentlich sein, dass meine Begleiter sich cooler fortbilden können als ich als Jedi? Was ist denn los? Der eine hat ein Jetpack, die andere kann sich teleportieren. Und wir ein bisschen klettern. Was soll das? Was? Sollen wir noch ein Schwer-Trupp anchecken? Wir sollten sie erledigen, bevor noch mehr kommen. So wie damals auf einer Shadda? Richtig. Du gehst vor, Kerl. Ganz was Neues. Oh Gott, ihre Art geht mir jetzt schon so auf den Senkel, ey. Immer drauf. Weich nächstes Mal aus. Die tut wirklich so, als wäre sie krass erzelt. Das geht nicht. Das geht so nicht. Vollkommen übertrieben, aber cool. Das macht es auch so ein bisschen aus, oder? Die Coolness von Finchern. Komplett übertrieben, dass er da so einen Spagat-Rutsch-Dingsbums durch die Beine macht und den dann von innen absticht. Aber... Okay, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Ich würde aber trotzdem sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Beim nächsten Mal checken wir mal hier den Speeder ab, der komplett ramponiert ist. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin wirklich gespannt. Geil. Ich freue mich. Neuer Planet, Story, Pfeiler vorantreiben. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock. Wenn ihr wenigstens Part sehen wollt und ihr unterstützen wollt, dann eine Bewertung da lassen. Danke dafür. Haut rein.